Hey, liebe Supersuchtis, mein Name ist natürlich Fluppi. Willkommen zu diesem kurzen Relaunch-Vlog Nummer 4, glaube ich. Es ist ja fast soweit, bald ist der 1. Oktober und dann, wie ihr wisst oder vielleicht noch gar nicht wisst, kommt natürlich wieder neues Zeug von die Supersuchtis. Viele Sendungen, die ihr kennt natürlich, es werden wieder da sein, aber auch vieles, was ihr noch gar nicht kennt. Viele neue Shows mit neuen Leuten und das ist alles schon in der Vorbereitung. Am 1.10. kommt übrigens der große Relaunch-Trailer, den würde ich auf jeden Fall nicht verpassen, denn da ist alles drin, was ihr wissen müsst, wann kommt was, was kommt überhaupt, wer ist mit dabei. Also das ist dann die geballte Ladung, Suchtipower-Informationen. Und übrigens noch mal ein großes Dank an alle, die uns auf Facebook geliked haben unter facebook.com slash die Supersuchtis. Da habe ich nämlich letztens eine Umfrage gestartet und diese Umfrage könnt ihr übrigens immer noch mitgestalten. Der Link ist in der Beschreibung. 85 Leute, wie gesagt, haben das schon mit abgestimmt. Die Frage war natürlich, wann schaut ihr am meisten Videos? Das ist wichtig für uns zu wissen, denn wir wollen uns natürlich auf euch vorbereiten, erst recht bei dem Relaunch und uns auf euch einstellen. Und deswegen hier auch noch mal die Bitte, ohne dass wir jetzt ein extra Poll machen oder sowas, schreibt mal bitte in die Kommentare, was habt ihr toll gefunden damals bei den Supersuchtis? Was hat euch überhaupt nicht gefallen? Ja, was hat euch gestört? Was wollt ihr gar nicht wieder haben? Einfach mal die geballte Kritik, die geballte Meinung reinhauen. Was sollte mit dabei sein beim Relaunch? Was sollte wegbleiben? Zum Beispiel heute auf Facebook hat jemand kommentiert, dass Let's Plays überhaupt nicht seine Sache sind. Also ich nehme mal an, auch Gameplay-Videos, weil Let's Plays haben wir ja eigentlich nicht mehr so gemacht. In welcher Art und Weise möchtet ihr noch Gameplay sehen? Oder kommt es darauf an, wer das macht? Oder ob es in einer Show stattfindet? Einmal die Woche. Schreibt es alles rein in die Kommentare. Wir sammeln das hier gerne auch Fragen, die wir nutzen können für die erste Just Ask Folge. Ja, schon mal Spoiler, Just Ask wird natürlich wiederkommen. Also eure Chance unter diesem Video und natürlich auch auf Facebook zu jeder Zeit, das Programm mitzubestimmen, weil ohne euch funktioniert es natürlich nicht. Also sag es auch noch mal an Freunden weiter. Die Supersuchtis sind zurück am 1.10. Großartig wird's. Ich freue mich natürlich und persönlich freue ich mich natürlich noch mehr, wenn ihr auch mitmacht. Eure Meinung uns einfach mal runterschreibt, da wo wir sind, auf Twitter, auf Facebook, hier bei YouTube und natürlich auch erst recht dann beim neuen Format Feed Flash Live auf Twitch, beziehungsweise die Supersuchtis. So viele URLs, wie soll man das denn alles auf die Reihe kriegen? Gar kein Problem, findet ihr alles in der Beschreibung. Ich danke und wir sehen uns spätestens beim Relaunch-Blog wieder.